Dabei sein, yeah! Dabei sein, yeah! Puh, Puh, Partizipation! Puh, Puh, Partizipation! Ja! Hier im Kinderschutzbund geht es ganz schön rund Wir werden respektiert und das ohne Grund Es gibt weitere Wörter als Partizipation Zum Beispiel Freude nehmen Selbstbestimmung Mitmachen Yeah! Puh, Puh, Partizipation! Yeah! Jedes Kind verdient eine Stimme Jedes Kind verdient eine Stimme Hey, ho! Was ist los? Da klingelt das Telefon Da sagt dann Partizipation Po 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 Bitte eine Stimme, denn das ist unser Wille, yeah. Jedes Kind verdient eine Stimme. Jeden Kind eine Stimme. Hey, 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 hier, hier sind wir im Radio mit der Partizipation. Partizipation, 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 Partizipation. Ha, ha, Partizipation für die Kinder. Jedes Kind verdient eine Stimme. Ego Stimme. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt jemanden ausschließt aus seiner Gruppe? Also erstmal kommt das darauf an, was für eine Person das ist, also ob ich sie hasse oder ob ich sie mag. Und wenn ich sie hasse, dann sage ich natürlich nein und ich muss ja auch gucken, was die anderen dazu sagen. Wenn die Mehrheit dafür ist, dass sie jetzt zum Beispiel bei uns dabei ist, dann ist der eben dabei. Auch wenn eine Person nicht mag, aber du musst ja nicht unbedingt mit dem reden. Und ich fühle mich dann manchmal auch schlecht dabei, wenn ich jemandem sage, der soll nicht mitmachen, weil manchmal stelle ich mir auch vor, wie es dann wäre, wenn diese Person das dann mit mir machen würde. Und wenn diese Person dann alleine ist, dann habe ich eben Mitleid. Die Person dann TRN Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020